Ich denke, viele Apoller verbinden mit ihrer Stadt so eine Hassliebe. Also ohne Rostbratwurst wäre das Leben schwer. Oh, sehen Sie, wie glücklich das war. Bitte nicht zur Sparkasse tragen. Also ich tue etwas für meine Stadt, damit die schöner wird. Es gibt auch einen Leitspruch, den wir haben. Drück dich an Kummer, drück dich an Schmerz. Trinke Vereinsbräu, gleich leichter wird's Herz. Die Stadt Apoller ist ja geprägt, wenn man sich den Baustiel mal anschaut, von Hinterhofhäusern. Also jedes Haus hat noch sein Hinterhofhaus hinten dran. Hier ist das Kettenhaus, hier werden die ganzen Kochwochsorten unter anderem mit solchen großen Ketten gebrüht. Das ist auch etwas, was wir hier in Apoller gut können, nämlich so ein bisschen auf den Putz hauen. Apoller hatte ein paar regionale Gerichte wie Bachansfalle oder Wickelgröße. Ich denke gerade die Vielfalt. Die Vielfalt hier in dieser Stadt. Ich denke gerade die Vielfalt. Vielen Dank.